Bronze-Metallist Austria, Aymar Olixer. Ja, bis einmal schon realisiert, aber ich glaube, im Nachhinein, wenn man mit der Familie noch einmal feiert, wird das sicher noch eine voll lässige Geschichte werden. Ja, es waren so viele Leute, das Feeling allein schon, jeder feiert sich an, das gesamte Team freut sich mit und das ist einfach voll schön. Also es ist eine super Leistung für Anna und eine Farbe fehlt noch. Jetzt haben sie vielleicht im Mix-Bewerb durchaus die Chance, diese Goldfarbe noch nach Hause zu holen.